Willkommen zurück bei den alten Herren. Willkommen zurück und das Thema ist noch nicht vor dem Tisch mit Apokalypse und dem Team. Ja ja. Es gibt ja auch auf der totalen Social-Media-Plattform, bevor ich jetzt weitermache, in welchem Haus bist du eigentlich noch? Immer noch im ersten, das ist groß. Auf diversen Social-Media-Plattformen so tolle Frage, Testumfragen, mit wem bist man dann in einer Gruppe etc. Deswegen bin ich auf diese Zombie-Gruppentheorie gestoßen. Ich habe noch nie gesehen. Wo ich mich sehr freuen würde, wenn ich mit dieser Person in einer Gruppe landen würde, das wäre Otto Valkes. Jed Lee. Otto Valkes? Otto Valkes. Ich würde mich so feiern. Ich mag den Knaben. Ja, nur Spaß zu haben. Aber der ist kein wertvoller Bestandteil als solch eine Gruppe. Ach, ich glaube schon. Ich habe Cerealien. Die esse ich gleich. Ich habe schon zwei Packungen Reis gefunden. Ich esse jetzt Crunch and Chips. Äh, Krips. Äh, Krips. Äh, Krips. Was? Krips. Da ist sie nicht. Warum ist da sie nicht? Äh, sie jetzt. So, ich bin jetzt auf dem Dach gewesen und jetzt gehe ich wieder runter. Gut. Ich bin jetzt in eins der kleineren Häuser gegangen. Spring, Mann. Von der Leyen. Mit Frau von der Leyen. Die hätte ich gerne in der Gruppe. Ich auch. Zweites Zombie-Opfer. Das wäre die erste, die ich sofort in die nächstbeste Meute reinschubsen würde. Und zwar am besten noch in eine Meute von Kinder-Zombies. Oh. Wegen ihrer tollen Familienpolitik. Oder Soldaten-Zombies. Kinder-Soldaten-Zombies. Dann müssen wir nach Afrika gehen. Ah, stimmt. Ne, so weit will ich nicht reisen. Ich muss gestehen, sollte so ein Apokalypse sowieso ausbrechen, ich habe rechtlich mir keine großen Chancen aus, sowieso drei Tage lang zu überleben. Definitiv. Ja, das könnte schwierig werden. Ich bin leider auch kein Prepper. Das heißt, ich habe gar nicht das Zeug, um sowas zu überleben. Keine Waffen, etc. Gut, ich habe hier Schwerter hängen, aber damit kommt man auch nicht weit bei einer Zombie-Apokalypse. Wenn man damit nicht gut umgehen kann. Wenn es nur ein oder zwei sind, dann hast du vielleicht nur Glück. Aber wenn dann mehrere auf dich zukommen... Ja, irgendwann geht einem ja die Nahrung aus, ne? Und dann muss man raus. Ja. Und dann sind die Supermärkte wahrscheinlich eh schon gelootet. Ich glaube, du bist dann der erste Mensch, der in einer richtigen Apokalypse vom Looten spricht. Naja, ich glaube, es gibt sehr viele, die vom Looten sprechen. So, ich gehe jetzt in die zweite Bude. Oder warst du da schon drin? Also dem gegenüber von dem ersten war ich. Okay, wo bist du jetzt? Jetzt bin ich in einem kleinen Haus daneben. Okay, da gehe ich ins dritte Große. Geh du in das dritte Große. Ah, ich checke jetzt mal die Autos hier. Vielleicht ist ja jetzt mal irgendwas drin. Da habe ich schon lange nichts mehr gefunden, muss ich gestehen. Vielleicht auch nicht, leider. Nichts, ey. Und ganz ehrlich... Einmal. Das hat mal so richtig guten Loot, ne? Ja. Ja, stimmt. Das war in dieser einen Hinterwäldlerstadt. Okay, der wird jetzt ein bisschen blöd. Das gebe ich zu. Das nehme ich jetzt hoffentlich noch nicht zurück. In der Stadt im Hinterland. Okay. Und ich muss zugeben, ich würde auch niemals einen meiner Eltern in dieser Überlebensgruppe haben wollen. Hm, ja. Ich würde mich irgendwann gleich so mit denen fetzen, dass entweder ich von ihnen weggeschubst werde in so einem Meuterein oder umgekehrt. Ja, das wäre so ein Thema. Aber wenn ich wirklich gerne dabei hätte, das wäre Jet Li, Jackie Chan und Steven Seagal. Oh, ne, Steven Seagal nicht. Der ist mir zu alt geworden. Also der... Ja, die sind alle drei alt. Ja, aber den ersten Bein sieht man noch in der Fit. Also Justin Bieber mitnehmen. Der Justin Bieber. Okay, also mit Matchsticks kann ich kein Firewood anzünden, leider. Okay. Vielleicht wenn ich es in der Hand nehme. Also Steven Seagal sieht man eindeutig anders. Er zum... Nicht mehr... Definitiv nicht mehr der Fitteste ist. Im Gegensatz zu Jet Li und Jackie Chan, denen man das war das Alte ansieht, aber auch noch weiß. Oder ansieht, dass sie fit sind. Weitaus fitter als... ... ... ... ... ... Dann nehme ich lieber fiktive Charaktere wie Rambo. Ja. Also wunderbar. Warum hören wir bei Rambo auf? Was ist mit Superman? Nein. Also weißt du was? Die ideale Waffe gegen Zombies wäre ein Terminator. Oh ja. Egal welcher. Die können sich da alles ausbeißen. Er geht doch einfach durch und das ist doch wurscht. Dem macht das nichts. Data aus Star Trek. Der hätte wahrscheinlich auch gleich eine Lösung für irgendein Heilmittel. Ja. Ja. Ich hätte gell den Joker. Hätte ich lieber Batman. Der hatte auch eine hundebisssichere Rüstung. Wenn es gegen hundebisse sicher ist, ist es auch gegen menschenbisse sicher. Ja stimmt. Hundebisse hat er... Äh sicher meine ich. War der Joker? Ich glaube wenn du dich so anstellst, dass du so auf einem Level mit ihm bist vom Verhalten her, dann entweder mag er dich halbwegs oder er sieht dich als Konkurrenz und schmeißt dich trotzdem irgendwo hin. Ach der ist so unberechenbar. Aber der Joker braucht so viel Sprengstoff und das wird auch knapp bei der Zombie Apokalypse. Ach der ne ne. Der hat nicht nur Sprengstoff. Der holt sich erstmal irre Handlanger. Das ist das ganze Massenfutter. Ja krieg du immer irre Handlanger während der Zombie Apokalypse. Das sind ja die, die zuerst gefressen werden. Die bekommst du bestimmt. Ich hätte gern Peter Pan. Ich hätte gern so einen Goku. Obwohl jetzt wird es zu albern. Ja. Die Supernanny. Die kann dann die ganzen Zombies auf die Wuttreppe, die Wuthülle setzen. Und auf die stille Treppe. Und das passt doch. Also wer bitte, wer die Supernanny ernst nimmt. Ja, das machen viele. Da gibt es auch eine schöne Parodie, wie glaube ich die Supernanny die Thunderline besucht. Das ist bestimmt super. Ich muss nochmal schauen, ob ich das finde. Hast du dir diese Star Trek Videos angeguckt? Oh ja. Ich habe mir nur zwei bisher angesehen. Ich glaube erstmal Fistful of Explosions. Das ist super, ne? It's not Lupus. Ich habe gestern Abend noch so gelacht. Ich fand es in der einen Folge so schön. Wie Worf so langsam um die Ecke guckte. Und der Kopf langsam wieder zurück ging. Die ganzen 20 Personen über werden auch viele Sachen wiederholt. Zum Beispiel, dass Data diese Gemälde von diesen Pferden andauert malt. Ja, das war so. Das ist auch immer klasse. Diese Pferde. Die hat er aber nie wirklich in der Serie gemalt, oder? Nein, der hat andere Bilder von Vögeln und so gemalt. Von seinen Träumen. Wie dann die drei vor seinem Quartier stehen und das Pferdebild anschauen und dann Angst bekommen. Ja, das war schön. Und auf Worf Geburtstag, wo ihm so erschwindelig wird, nachdem er das Foto bekommt, äh das Bild bekommen hat von Data. Ja. Ach, das ist einfach klasse. So gut zusammengeschnitten. Das muss echt viel Arbeit gewesen sein. Das ist ein großer Respekt. Also Streichhölzer und Feuerholz funktionieren nicht. Na gut. Ich glaube, ich ignoriere jetzt mal geflissen durch die kleinen Häuser. Dann gehst du mal eins der großen. Ich finde ja auch nichts mit den großen. Ich sitze da in den Supermarkt in der Nähe. Wieso gehst du da nicht mal hin? Mach ich's gleich. Aber pass auf, nee. Nicht, dass du andere Spieler triffst. Ich hab geschossen. Falls du's gehört hast. Ich hör hier nix. Es ist zu weit oben. Das hab ich jetzt gehört. M4. Ja, das war ich. Oh, wie viele sind denn hier noch unterwegs? Oha, ich trau mich grad wieder auf den Balkon. In die Armbeuge und er ist tot. Hm, ich hör dich schießen, sehe aber nix. Ich bin auch schon nix weitergegangen. Ich glaub, ich hab grad die Garagen gefunden. Da sind immer schön viele Motorradhelme drin, wenn du einen brauchst. Yay, essen! Das ist breaking. Oh, was liegt's denn da schon? Weißt du, wen ich auch gerne bei einer Zombie-Apokalypse dabei hätte? Irgendeinen x-beliebigen US-Amerikaner. Weil der hat mit Sicherheit einen Schrank voller Waffen. Da bist du schon auf der sicheren Seite. Und es muss wirklich, auch wenn es plötzlich so eine Art, ja, so ein Hillbilly, ein Redneck sein. Ja. Ey, der kann doch ein New Yorker sein. Der hat bestimmt auch eine Pistole im Schrank oder nur einen Kopfkissen. Ja, aber die Rednecks, die können sich in der Wildnis aus. Die haben jeden Fall drauf. Ein George W. Bush. Dann würde ich auch einen George W. Bush nehmen. Ich glaube, der weiß nämlich ganz gut, damit umzugehen. Ja. Ja, echt, wir Deutschen werden aufgeschmissen. Hier hat fast niemand eine Feuerwaffe. Ich glaube, das Erste, was ich machen würde, wäre, entweder das nächste Polizeirevier anzugehen oder den nächsten Schützenverein. Ich würde nach Kassel fahren, zu Franconia Jagd. Die haben auch Waffen. Ja. Ich hoffe, dass da noch kein anderer war. Ja. Wahrscheinlich wirst du abgeknallt, wenn du da hinfährst. Ja, ja. Dann lieber hier den örtlichen Schützenverein plündern. Ja, aber da gibt es ja auch nur Kleinkaliberwaffen, ne? Ich weiß nicht, ob die für Zombies dann gut wären. Also, die haben ordentlichen Wumms. Und auch so eine Part Kleinkaliber, wenn das Ding, wenn du da mit jemandem, das soll natürlich keiner machen, ins Gesicht triffst, dann war's das. Fast runtergeflogen hier. Ja, aber wir sterben davon. Aber ein Zombie? Hallo, natürlich. Du müsstest mal ausprobieren bei einem Zombie. Ah, hier im Dorf wäre ich echt aufgeschmissen. Hier gibt es nichts. Kein Schützenverein, kein Waffenladen. Stimmt. Ich würde dann zu dir kommen. Tja, dann wärst du deinem Heimatdorf. Ihr habt einen wunderbaren Schützenverein. Ja, wir haben einen. Das ist richtig. Mein Heimatdorf, das ist Stadt. Ich glaube, ich würde zu meinem Vater gehen. Der ist ja im Schützenverein. Der hat ja diverse Handfeuerwaffen. Ja. Wohnt er auch bei dir im Dorf? Nein, aber der wohnt bei dir im Dorf, verdammt. Ey, was? Oh, ist denn der jetzt schon wieder? Da! Nein, nicht knien, schießen. In die Kniebeuge. Das muss was versch... Laufen, laufen, laufen. Laufen und drehen und anvisieren und... Zwei Schuss. Oh, du verschießt dir ganz so gute Munition. Ich habe drei Schuss gemacht, weil der erste daneben ging. Nimm die Axt. Das ist ein Zombie. Ja, lass mich doch mal. Zielübung. So, ich gehe ins nächste, dritte, vierte große Haus. Oder bist du da schon gewesen? Nein, aber ich glaube, ich habe das Schulgebäude gefunden. Da gehe ich jetzt rein. Und da war noch keiner. Da sind auch immer viele M4s im Schulgebäude. Hast du das? Ja, ich habe die Pistole rausgeholt. War aber keine gute Idee. Auf den Kopf zielen. Ich glaube, du kannst die momentan hinschießen, wo du magst. Sie kippten definitiv um. Aber weißt du, bei einer Zombie-Apocalypse, das Erste, was du machen musst, ist erstmal zum Supermarkt fahren. Du brauchst richtig Nahrung. Alles klauen, was da ist. Batterien. Ich würde mir sogar Taschen... Ich habe die Taschen, Batterien auf jeden Fall. Ja, Batterien und Wasser. Ganz viel Wasser. Wasser, Wasser. Krankenhaus. Wasser ist wichtiger wie Essen. Weil die öffentliche Wasserversorgung wird dann irgendwann aufhören. Ja. Es ist bald keiner mehr die Pumpen bedient. Oder Strom ausfällt. Okay, jetzt nehmen wir uns langsam den ganzen Prepper-Zeug hier. Ach, es gibt ja so viele Amis, die sind so krasse Prepper. Gibt da so eine Sendung im Fernsehen. Die Prepper heißt die. Oder Preppers. Das ist Wahnsinn, was die alles machen. Die bereiten sich auf Atomschläge vor, Tsunamis, Karnosbrüche, Erdbeben, alles, was man so erleben kann. Tja. Da haben die wochenlang oder sogar monatelang Essen und Trinken gebunkert. Und Waffen, Munition, alles, was man so braucht zum Überleben. Ja, vielleicht auch nicht ganz verkehrt in gewissen Zeiten. Ja. Ich meine, ich finde das okay, wenn man ein bisschen... Oh, war message received? Oh! Oh, ja, bitte. Balota, Balota. Erf, mein ich. Exit. Erstmal muss ich jetzt exiten. Wir können hier gerade mal eine paar Aufnahmepausen machen, oder? Ja, ist eh gerade. Wir sind wieder eine Viertelstunde unterwegs. Das ist eine kurze Episode, aber machen wir es. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bis dann.